Die Frankenthaler gehen mit gutem Beispiel voran. Bernd Knöppel von der Stadt Frankenthal ist bei uns. Herzlich Willkommen. Wie schwer, Herr Knöppel, ist es denn, Frankenthal sauber zu halten? Ja, das ist natürlich eine äußerst schwierige Aufgabe, die wir jetzt vermehrt angehen wollen. Wir haben diese Putzaktion seit dem Jahr 2005 immer wieder ins Leben gerufen, jedes Jahr einmal, und wollen auch im nächsten Jahr nochmal gesondertes Bewusstsein insoweit stärken mit besonderen Öffentlichkeitsaktionen, dass man also seinen Müll nicht in die Umwelt wirft. Gelingt das denn schon, dieses Umweltbewusstsein zu stärken? Was sagt die Erfahrung der vergangenen Jahre? Also wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist dann so, dass teilweise Kinder dann zu ihren Eltern gehen und sagen, also das werft da jetzt bitte nicht weg und so. Wir haben das ja eingesammelt oder wir sammeln das ja ein. Also die Kinder wirken da als Multiplikatoren, gerade in Richtung der Eltern, was wir sehr positiv finden. Und ich denke, wir erreichen damit auch ein großes Ziel. Ich habe gelesen, Sie haben mehr als oder rund 800 öffentliche Abfallkörbe. Ich nehme an, da kommt allein da auch schon eine Menge Müll zusammen. Da kommt sicherlich sehr viel zusammen. Wir haben natürlich, was uns größere Probleme bereitet, ist eigentlich der Müll, der immer wieder dann weggeworfen wird, achtlos weggeworfen wird und den wir dann auch dementsprechend dann einsammeln müssen. Und da wollen wir natürlich gerade durch dieses durch diese Aktion Sauberhaftes Frankenthal auf diese Problematik hinweisen. Ganz beeindruckend ist ja die Zahl der Helfer, nicht nur die ganz kleinen, auch Schulklassen, mehr als 2500 Helfer. Wie schaffen Sie die alle zu mobilisieren? Ja, ich denke, das rührt daher, dass wir diese Aktion jetzt zum 13. Mal aufgelegt haben und dass wir halt stetig immer wieder die Schulen, Kindergärten, aber auch Vereine und auch Privatpersonen ansprechen, um dann an dieser Aktion teilzunehmen. Es gibt dann hinterher auch interessante Preise zu gewinnen, sodass da natürlich auch ein gewisser Anreiz dabei ist. Aber ich denke, das ist das Ziel auf alle Fälle wert. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall, Herr Knöppel, weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Aktion und vielen Dank für Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall oder in dieser Aktion. Untertitelung des ZDF, 2020